Hallo Leute, da ist wieder eure Ray und wir sind heute wieder bei Detroit Become Human dran. Und zwar der elfte Part und heute begleiten wir Connor. Seid ihr dabei? Ja, kommt's mit. Gehen wir los. Who the Frick? Nee, where the Frick are we? Was zum... Was ist das hier? Ein Park. Oh. Oh. weißt du was ich schaue mir das jetzt mal an gute f ist amanda hello amanda connor it's good to see you congratulations connor finding that deviant was far from easy and the way you interrogated it was very clever you've been remarkably efficient connor thank you amanda we've asked the dpd to transfer it to us for further study and they teach us something about what happened the interrogation seemed challenging what did you think of the deviant it showed signs of ptsd after being abused by its owner as if its original program had been completely replaced by new instructions this lieutenant anderson has been officially assigned to the deviancy case I think he's irritable and socially challenged socially challenged y'all that's kind of thing he used to be a good detective he's an intriguing character unfortunately we have no choice but to work with him what do you think is the best approach I will try to establish a friendly relationship if I can get him to trust me it will be helpful for the investigation more and more androids show signs of deviancy there are millions in circulation if they become unstable the consequences will be disastrous you're the most advanced prototype cyber life has ever created if anyone can figure out what's happening it's you you can count on me amanda hurry connor there's little time oh, die connorverschwörung Kann ich dir helfen? Ich bin hier, um Lieutenant Anderson zu sehen. Hast du Autorisation? Ja. Androiden sind da so herrlich unkompliziert. Lieutenant Anderson ist noch nicht gekommen, aber du kannst auf seiner Seite warten. Also die sind irgendwie, ähm, ich sag einmal so, sind relativ süße. Äh, habe ich hier noch was verpasst? Nö. Dann schauen wir uns einmal generell um. Okay, das ist Miller. W-Wilson? Und das klingt nach ihm, dass er den Namen umgedreht... Um... Reed? Brown? Person? Anderson? Ich meine, Patty Officer. Okay. Collins. Anderson, da haben wir ihn ja. Au. Au. Also er ist nicht sehr beliebt. Okay, Zeit für ein bisschen Forensik. Was hört er für Musik? Au! Lärm! Nights of Black Death! Jawoll! Also der Typ ist mir sympathisch. Was haben wir hier? Kalter Kaffee, also er ist koffeinsüchtig. Ein Fächerahorn, also so ein Bonsai, der im Eimer ist. Donuts, also ja. Wir haben ein Klischee. Au weh! Also er hat genau so dieses Sticker hier. Ähm, ich mein mein Lieblingssticker hier ist schon Warning. To avoid injury, don't tell me how to do my job. Ähm, was hat er hier? Ah, die Detroids. Was hat er hier? Streichhölzer. Äh, ah ja. Bernhardiner. Äh, wow. Moment, da stimmt was nicht. Ah ja, er ist zum Lieutenant befördert worden vom Detective. Also da hat er definitiv was gemacht. Das heißt, das können wir... Er war ein hervorragender Polizist. Bis jetzt. Wir sehen uns wieder, Lieutenant. Oh, Jesus. Ah, ha, 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 ha. Hank! In my office! Scheiße! Weißt du was? Ich schau da jetzt, ich horch da jetzt mal zu. Ich bin ein Bravo-Scholes-Fund. Ich bin ein Bravo-Scholes-Fund. Ich bin ein Bravo-Scholes-Fund. Freak'in hell. Ich würde gerne starten, die Falle zu erfüllen. Kannst du mir erzählen, wo ich mit Henk spreche? Schliess die Tür auf deinen Weg raus. Hab' einen schönen Tag, Kapitän. Autsch, also der Chef ist... Äh, ja. Ach. Ich mein', äh... Ganz ehrlich, wir schauen uns jetzt mal um. Irgendwas find' ich schon. Okay, wir können hier was lesen. Wenn er mich lässt. Äh... Roboter-Erziehung. Okay. Okay. Uh... Ich bin ein... Frau-Kin-Hell, okay. Ähm. Da hab ich eigentlich sonst nur Hank. Ist hier irgendwas? Äh, nö. Ich möchte mit ihm noch nix reden, weil ich brauche noch irgendwas. Vielleicht kann ich mit dem noch was machen. Ähm. Ja. 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 Fuck. Kann ich da reingehen? Nö. Okay, das haben wir verbockt. Also aufs Klo werden wir nicht müssen. Observation Room. Also das war die Verhörzimmer und Ding. Ich möchte nochmal was schauen. Nix. Weißt was, ich geh mal da aufs... mir die Hände waschen oder so. Outfit gerichtet. Toll. Toll schauen wir aus. Aufs Klo können wir eh nicht. War da irgendwo ein Archiv oder so? Ja, Break Room? Ja. 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 Ich bin ein Koffer, Dipsch. Dann gehen wir auf. Ich bin ein Koffer. Ich bin ein Koffer. Aber ich nehme nur von Lieutenant Anderson. Oh. 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 Das war's. Also ich bin im Moment echt angepisst, irgendwie, mit diesem Superjerk, bei dem möchte ich noch irgendwo eine reinbürgen. Ich kann mir nicht helfen, aber das ist so irgendwie dieses... Das gibt eins auf die Fresse vom Nächsten. Äh, komm ich da irgendwo noch hin, auch noch? Ja, perfekt. Um... A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah, there is one. You're a Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh. You have a dog, right? How do you know that? The dog hair's on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Sumo. I call him Sumo. You really need the forensics. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such. But I'd like to. I don't really listen to music as such, but I'd like to. Terminal's on your desk. Like yourself out. I was wondering. Do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? Ich hab nicht vor, dich zu nerven, aber ich bin nervig. Habt ihr den Captain Fowler schon lange kennengelernt? Yeah. Too lange. Ich hab nicht vor, dich zu nerven, aber ich bin nervig. Oh. Die kennen immer. Das könnte ein gutes Startpunkt für unsere Begründung sein. Wir gehen ihm einfach mal direkt rein. Er braucht einen Tritt in den Arsch, aber trotzdem. Ey. 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 Und du brauchst diesen Sammeln noch mal, deine Begründung egal? Also mit Henz kann ich irgendwie nicht ganz. Einerseits mag er die direkte Variante und Nate Shane do anytime... Ich mein er ist so, oder so sauer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020